ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge klaus rasiert sich heute wieder mit dem paypackley brocket mit seinen schlanken 36 gramm heute geht es halt noch mal um den paypackley brocket pro raso rot habe ich mir rausgepickt rot geht es weiter mit einer hasco die kommt da rein den schönen abschluss machen wir mit pro raso in asb und als pinsel den boot in synthetik und in weiß so laden wir den hobel erstmal ein twist toben drehen zum öffnen hier ist die astor die guckt schon um hecke die astor hätte weg eine rasur die hat einen punkt wenn ich nichts vergessen habe so schmeißen wir rein hobel ist geladen der ein oder andere hat es gesehen ich habe gerade schon mal mit dem trimmer halt einmal komplett durchgemäht mal so langsam die sommerfrisur einläuten im gesicht alles wieder ein bisschen kürzen so nochmal den booti raus überringen so fluppdi wupp schauen wir es im gesicht auf auf zur ersten runde so wenn alles klappt bin ich in england auch bei dem ein oder anderen nass rasur shop und hat mal da ein gof tromper harris was gab es da noch nicht auf dem schirm also vier bläden müsste es da an sich geben ich will mal gucken mit meinem schlechten englisch vielleicht noch vorher im laden reingehen fragen ob ich ein bisschen video machen darf einmal zumindest euch so die auslage um die preise zeigen so war die erste runde der fünfteil war jetzt relativ lang aber ich finde dass der rasierer eigentlich ganz gut gemacht die unten habe ich irgendwas getroffen ich weiß es nicht man könnte vom gefühl ein kleiner pickel sein aber naja und wir dem ding jetzt nicht zu viel aufmerksamkeit schenken drehen wir noch mal eine runde so runde 2 gegen den strich so das ging relativ schnell klingen feeling ist der ton ist relativ hoch aber man merkt die klinge fast gar nicht so 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 dann würde ich mal sagen ich habe mir mal ein bisschen schauen aus dem gesicht und dann ist gleich so da bin ich wieder rasiert ein kleiner spot der bluten ist ein bisschen also von daher optimal ja kurze ablenkung von draußen damit hat das anwesen geplant ja wie auch immer ja die rasur war schön angenehm mal steht noch was ja aber da kommen wir gleich zu also so ist immer jetzt schon schon gut ja 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 wo ist er der paper clip rocket ja schönes ding wenn man den finger kriegt also sollte man definitiv nicht liegen lassen aber ich glaube das soll ich zu jedem rasierer und naja ich kann euch echt nur empfehlen jeden hobel den ihr mal so eine finger kriegt für ein paar euro packten ein kleiner fakt nebenbei den ding hat vier euro gekostet von daher alles super das sind so für mich so diese adäquaten flohmarktpreise der sah natürlich aus wie sau also voll mit alten schaum ein bisschen ranzig da drin aber letzten endes einmal zahnbürste eine ultraschall und ein bisschen schrubbi schrubbi und dann sieht das ding wieder aus wie fast neu oder es sieht aus wie neu da ist nichts dran an dem teil außer schnodder nichts gewesen aber so schreckt es halt viele ab und viele denken sich ja nutzt die keiner hihihi lasst den mal kaufen egal das mal einfach so am rande und ich sag mal die nächsten 100 videos verrate ich euch keine preise mehr so weit so gut aber in dem rahmen liegt so ungefähr mal so mein jagdrevier sag ich jetzt ja ansonsten ja die pro rase rot ist eine gute werkzeugseife würde ich jetzt mal so sagen die macht ihren dienst die tut was sie tun soll die riecht schön für mich also mir gefällt der geruch ist halt altbacken aber das muss jeder für sich selber entscheiden ansonsten gibt es ja halt noch die weiß und die grüne halt ein bisschen menthol das andere hat so ein bisschen was von grünen Tee die weiße und ja da glaube ich im pro rase regal gibt es für jeden irgendwo etwas nebenbei dieses blau eau de parfum was es da gibt oder eau de toilette es ist das sprüh eau de toilette ist auch so mein kleiner favorite hinten rum meine frau findet es auch ganz toll nochmal so am rande erwähnt so kommen wir jetzt zum abschluss genug gelabert ASCO klinge würde ich sagen gehört auch so in jedes gut sortierte klingensortiment rein wenn man jetzt halt der ist der experimentieren will sicher daraus gibt es auch den ein oder anderen der sagt ich habe 100 rasierklingen von x die sind gut die machen bei mir in dienst fertig der hat wahrscheinlich auch nur ein vielleicht zwei hobeln und am master und die leute soll es auch geben das ist auch berechtigt jeder ist anders ein bisschen bescheuert so gucken wir gleich mal ob ich die klinge überhaupt im sortiment habe ja entschuldigung das ist eine big ass tour keine ass tour big ass tour so wie auch immer glück 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 die warte starten im drei zwei eins na jetzt kommt das mit Torscheln durch so neue rasur rasierer wählen das ist ein gillet paper clip klinge wählen big ass tour stainless der pinsel ist mal wieder rein. ne 3d druck auf der rote boating. sorry. pre-shave gab es nicht. das ist eine provaso rosso. und als aftershave provaso crema liquida in weiß. so und geben möchte ich den ganzen spaß. da ist nicht viel bei mir und finde ich es schon eine viereinhalb wert. das ganze auf speichern, auf überspringen und die ausnahme beenden. ja wie sag ich mal so schön bekommt dann alten hohbel in den finger. nicht verpönen. mitnehmen, probieren, gucken und ansonsten gibt diverse facebook-gruppen. ebay kleinheitsergen. man kann sowas auch relativ gut wieder loswerden. macht den einmal sauber mit dem pinsel oder mit der haarbürste. die dinge gibt es ja auch noch. da kann man auch oben im kopf mit rumrühren. das reicht auch letzten endes. dann sehen sie schon mal eine ganze ecke besser aus. ja so und bevor ich noch viel schwachsinn weiter labere, würde ich sagen euch noch ein schönes restwochenende. wenn es klappt, freut euch auf das london video. sowohl die shopping tour, wenn es hinhaut. ich sag mal so in den normalen supermärkten, drogerien. wenn ich da reingehe und reinkomme, da werde ich dann einfach mal so ein bisschen filmen. aber halt in den großen, ich sage jetzt mal explizit red shape shops, da wollte ich schon vorher nachfragen und schauen wir mal wie weit es kommt. ich halte euch dann auf den laufenden. bis denn, schönen samstag noch. ciao. ich halte euch mal so. Vielen Dank. Vielen Dank.